Auch der Traditionspräger der schwäbische Volkssatzvereine aus Heubusch führt eine Bühne-Szene auf, in der die Sitten und Reuche neue belieben und vorgeführt werden. Das ist eine völlig neue Choreografie von Frank Ziffer. Die Musiker Istvan Ziffer und Ferenc Huber begleiten die Produktion auf Knopfharmonika. Das ist eine Balance. Die Musiker Istvan Ziffer und Ferenc Huber beantwes. Die Folge wird stark und effizient. Mit der drinnen und Art. Enamel Camp Ziffer. Das ist eine große Sache. Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. Vielen Dank.